Ich will euch die nervige Arbeit ja nicht immer nur im Offscreen ersparen, sondern ihr sollt ja auch mal merken, dass Minecraft nicht nur Abenteuer erleben ist, sondern auch mal, ja, Erde hoch und runter hüpfen. Auch das ist Minecraft. Die erste Hälfte hätten wir damit geschafft. Auf der anderen Seite müssen wir das jetzt auch nochmal machen. Also wirklich nötig ist es nicht, dass wir jetzt so viel Glowstone setzen. Von der Ausleuchtung reicht das jetzt schon, wie es jetzt ist. Aber es ist ja eigentlich auch nicht nötig, so eine riesen Kirche zu bauen. Es geht jetzt auch nicht darum, was nötig ist, sondern einfach das, was wir wollen und können und machen. Nicht wahr? Ich finde das schade, dass das echt so teuer ist, dass wir die Spitzhacke reparieren. Ich meine, klar, die ist jetzt relativ haltbar. Sie hat ja eine relativ hohe Haltbarkeit. Aber trotzdem ist das irgendwie... Ich hätte schon irgendwie die gerne einmal komplett neu repariert. Aber dass ich damit meinen Level nicht hinkomme, hätte ich auch nicht gedacht. Wie teuer das wohl ist, die einmal komplett zu reparieren? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So. Eins, zwei. Dann kommt da der Glowstone drauf. Muss ich den Baum da hinten nicht wegreißen? Und hier auch noch. Ist da hinten noch einer? Da nicht noch? Ne. Okay. Okay. Passt schon so. So. Und dann hier aber weg. Und dann kommt hier oben drauf, kommt dann der Glowstone, den wir uns jetzt noch mal holen. Hallo Schaf. Ach, wie schön. So. Und dann habe ich auf die Kirche auch keine Lust mehr. Ganz ehrlich. Also, so viel wie wir da dran rum gebaut haben. Kann die Kirche mir vorerst gestohlen bleiben. So. Ist unser Fleisch hier fertig? Fast. Und zurück. Jetzt habe ich euch natürlich die Reise in den Nägler irgendwie streitig gemacht, die wir eigentlich machen wollten. aber da hätte allein die Reise hin, also zumindest da wo ich hin wollte, hätte mindestens zwei Folgen in Anspruch genommen. Und so, ja, hatten wir ja noch ein bisschen Zeit um uns umzugucken. Ihr werdet euch jetzt fragen, wieso ich das so mache, aber so komme ich an den dran und an den dran. Es ist ein bisschen sparender, was die Zeit angeht. Jetzt gucken wir uns das mal an. Ja, das ist gut so. Jetzt mache ich mir hier noch einen hin. Der kommt weg. Okay. Da einer drauf. Da einer drauf. Es ist schon ein bisschen protzig. Ich gebe es zu. Aber nur ein bisschen. Müssen wir gleich mal testen, ob wir dann hier in der Mitte die Fackeln wegmachen können, die auf dem Platz sind. Also, ob es vom Lichtlevel dann reicht. Das wäre cool. Weil dann hätten wir das hier etwas schöner. Ach je, okay. Dann hier einen hin. Und dann haben wir die Kirche fertig. Ich habe in den letzten Tagen so viel aufgenommen. Eigentlich müsste ich jetzt schon für, weiß ich nicht, mindestens über eine Woche Aufnahmen haben. Das ist etwas witzig, weil ich wahrscheinlich auch noch Folgen habe für weit nach dem Wettbewerb. Huch. Was bedeutet, dass auch nach dem Wettbewerb, der ja Ende Februar vorbei ist. Also, dass ihr dann auch noch Folgen sehen könnt. Ich denke mal, ihr werdet da nichts gegen haben. Ich eigentlich auch nicht. Aber, dass wir entspoten müssen, das wussten wir ja auch schon vorher. Und deswegen machen wir es. Jetzt muss noch da einer hin. Und dann war es das, würde ich sagen. Gucken wir uns das mal an. Doch, ja. Selbst Momo findet es gut. Was wir auf jeden Fall wegmachen können, sind die Fackeln hier am Rand. Die brauchen wir nicht mehr, das weiß ich. Okay. Und den Rest müssen wir dann gleich bei Nacht mal gucken. Dann machen wir dann den Debug-Modus an. Und schauen, ähm, naja, wie es halt aussieht, ähm, hier so mittig. Dauert aber noch ein bisschen. Wir haben jetzt gerade erst Mittag. Und dann, ja, schauen wir mal auf unsere To-Do-Wand. Ich werde schon ein wenig sentimental, wenn ich daran denke, dass das hier bald vorbei ist. Und wir wollten ja eigentlich auch darüber reden, wie wir hier weitermachen. Nicht wahr? Also, ich bin mir noch nicht so sicher. Es haben ganz viele gesagt, sie hätten gerne, dass das Minecraft Let's Play weiter, ja, weitergemacht wird. Fände ich eigentlich auch ganz cool. Weil mir das ja auch sehr viel Spaß macht und auch neue Sachen zu machen. Ich weiß halt nur nicht, ob ich das hier in dem Dorf weitermache. Ob ich in meinem, ja, in meinem alten eigentlich zuhause weiterbaue und das als Let's Play mache. Oder ob ich einfach ein komplett neues Projekt nehme, das als Let's Play mache. Und, ja, auch in welcher Regelmäßigkeit ich das jetzt machen möchte. Da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen überfragt. Ach genau, ich wollte den Glowstone wegbringen. Da bin ich ehrlich gesagt etwas überfragt, wie genau ich das machen soll. Also es ist halt schon Aufwand, jeden Tag eine Folge rauszubringen. Und ich auch genau weiß, dass, ja, eine Folge pro Tag, wenn man ein paar Zuschauer haben möchte, eigentlich schon dazugehört. Und ich andererseits aber auch gerne noch andere Projekte ausprobieren will. Also ich habe halt so viel Spiel im Hinterkopf. Auch vor allem jetzt, wo SimCity bald kommt. Das würde ich auch unbedingt gerne Let's Playen. Also ohne Zweifel. Und ich bin mir allerdings auch bewusst, dass zwei Projekte, die dann täglich kommen und Borderlands ist ja auch noch da, dass das echt viel Zeit frisst. Und ich mir dann überlegen muss, ob ich wirklich das alles machen möchte oder ob ich dann, ja, auf irgendwas zugunsten eines anderen Projekts verzichte. Also wenn das jetzt nicht so wirklich klingt. Aber ich weiß, dass ich halt auch viele, viele Zuschauer habe, die wegen Minecraft reinschauen und gerne Minecraft auch weiter sehen wollen. Und ja, da überlege ich jetzt gerade. Ihr könnt ja, wenn ihr dazu eine Meinung habt, könnt ihr ja gerne eure Meinung kundtun. Würde mich auf jeden Fall freuen, weil im Endeffekt seid ihr ja die Zuschauer. Und wenn ihr gerne unbedingt Minecraft weiter sehen wollt, dann werde ich wahrscheinlich die Letzte sein, die sagt so, nö, ist nicht. Und zwar lassen wir mal ein schönes Wintersteak. Ach, was hier los ist. Und ja, das sind so meine Gedanken über die Zukunft. Und ich habe ja eigentlich auch nur so viele Ideen, von denen ich weiß, dass ich sie im Let's Play nicht, also zumindest im Wettbewerbs-Let's Play nicht umsetzen werden kann. Können, werde, werden, werden kann. Und deswegen, ja, schwierig. So, Kirchefriedhof können wir ruhigen Gewissens jetzt abbauen. Ähm, Lichtanlage stattbenennen. Es ist, es ist übersichtlich geworden, nicht wahr? Häuser einrichten. Lichtanlage. Ich glaube, Häuser einrichten, das ist so das, was als nächstes kommen sollte. Denke ich. Oh, scheinbar hat sich unser Back, äh, beseitigt. Ach ja, so ist das, so ist das. Dann bringen wir mal unsere Glücksspitzhacke in Sicherheit. Aber das trägt man nicht einfach so mit sich rum, das ist nun mal so. Äxte haben wir genug. Und ich weiß, wir haben noch ganz viel Holz hinten, aber man kann ja nie genug Holz haben. Und deswegen gehen wir mal rüber in den Wald hinten. Und, ähm, besorgen uns da einfach mal noch ein bisschen Holz. Ich meine, wir haben jetzt noch, ja, so sechs Minuten, die wir aufnehmen können. Die können wir jetzt auch mit Holzhacken verbringen. Über die Zukunft haben wir ja jetzt schon geredet. Dazu brauche ich ja im Endeffekt eure Meinung. Ihr könnt ja sagen, was ihr davon haltet. Ich beuge mich dann der Mehrheitsentscheidung. Also ihr wisst, was ich gerne machen würde. Jetzt muss ich einfach nur noch wissen, was ihr gerne machen möchtet. Und danach entscheiden wir das dann einfach zusammen. So, hoch. Momo hat auch seine Meinung, aber sie versteht niemand. So ist das, wenn man Katze ist. So, der ist auch gefällt. Jetzt kommen wir wieder zurück zu unserem meditativen Baumhacken. Haben wir ja schon mal in einer Folge darüber geredet, dass das, äh, eine entspannende Tätigkeit ist. Wenn man mal wieder, ähm, aufregende Dinge erlebt hat und ein bisschen runterkommen möchte davon. Adrenalinstöße hatte ich, glaub ich, äh, für heute, für diese Aufnahme in Minecraft genug. Nachts durch die Wüste rennen. Ach, wirklich. Zu Ideen kann aber nur ich kommen. Das ist ja nicht das erste Mal, dass ich nachts durch die Wüste renne. So, da ist noch ein Bäumchen, was wir abholzen können. Und das ruckelt ein wenig, das kann ich mir gar nicht erklären, warum. Schauen wir mal in unseren Debug. Ja, das sieht nicht so gut aus, eigentlich. Oh, da ist ein Monster. Das gefällt mir jetzt eigentlich aber nicht so. Also das nicht, dass dann, also das auch nicht, aber... Warum das so ruckelt? Habe ich genau was angelassen, was ich nicht hätte anlassen sollen? Ne, ist alles zu. Ja, das kann ich mir auch nicht erklären. Biss und schalten nochmal so. Da ist eine Spinne. Ich mach den Debug-Modus mal wieder aus. Was haben wir denn hier? Da ist die Spinne. Skelett. Es ruckelt aber mächtig. Vielleicht ist auch einfach nur unsere Internetleitung hier ein bisschen... ...die ein bisschen rumzickt. Schwimmen wir mal nach Hause. Es sind doch nur vier Leute auf dem Server. Daran kann es nicht liegen. So. Hopp. 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 Oh, das war nix. Na, hier läuft es ja ein bisschen flüssiger. Seltsam. Vielleicht war das ja hinten Ruckelgegend. Ne, hier ruckelt es auch. Ja, so ist das halt. Da haben wir nochmal 44 Holz. Nehmen wir mal 64 jetzt mit. Machen uns daraus mal ein paar Bretter. Und ein paar Stufen. Dafür brauchen wir drei Stück. Das gibt's doch nicht. Unser Speicherplatz ist schon wieder voll. Ich glaube, Minecraft möchte uns damit mitteilen. Es reicht. Du hast heute genug aufgenommen. Na gut. Momo sagt euch auch schon mal Tschüss. Hauseinrichtung machen wir dann beim nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüssi.